ja hallo freunde und herzlich willkommen zum nächsten ja in dem fall ist es ein bisschen komisch also let's play geht jetzt hier an der stelle weiter ich war aber leider gezwungen jetzt dass ihr habt schon gesehen im stream weiter zu spielen das tut mir leid das ist auch das erste mal dass ich das machen ich mache das auch normalerweise gar nicht dass ich irgendwie streams schnippel und dann als das place noch mal raus hauen in dem fall geht es nicht anders weil sonst fehlt der teil in diesem in dieser let's play szene quasi die wir jetzt so ein bisschen gemacht haben die letzten tage also ich hoffe es stört euch nicht ich habe es jetzt ein bisschen so zusammengekattet das heißt ich habe das auto hier das intro rausgekattet autos raus gekattet und irgendwelche szenen rausgeschmissen die mit dem geben nichts zu tun haben wobei vielleicht mal irgendwo rausgetappt sind irgendwas geguckt haben im stream oder ne etc das heißt ich habe es jetzt so geschnitten wie es auch theoretisch im let's play wäre das einzige was anders ist ist dass ich ab und zu mit dem live stream chat dadurch interagiere wie gesagt das tut mir leid aber anders geht es nicht ich hoffe es funktioniert so und ich hoffe es macht euch trotzdem spaß diese folgen zu sehen das sind mehrere folgen ich glaube es werden zwei oder drei let's play folgen am stück werden die jetzt so sind ich gebe euch noch mal ein zeichen wenn es irgendwo zwischendurch nochmal irgendwie sich wieder ändert das weiß ich noch nicht genau wie ich es mache aber da wisst ihr jetzt bescheid und ich würde sagen wir gehen rein und ich wünsche euch viel spaß bei den weiteren folgen so das heißt wir setzen quasi jetzt gameplay technisch für die die das let's play jedenfalls verfolgen setzen wir jetzt sozusagen da an wo wir noch gar nicht sind also das kommt dann noch also da fehlt euch jetzt so ein zwischenpart ist vielleicht auch mal ganz spannend so ein bisschen das an zu haben und ihr seht aber gerade noch im boden ich habe crime stat und den können wir doch mal benutzen um ein bisschen kohle noch mal zu verdienen das ist immer eine gute idee ja ja fünfer crime stat und wie es da zu kommen ist erfahren sie in den let's play folgen danke lausa für dein folgen so wir machen folgendes wir wollen den crime stat nutzen habe ich eine keycard schon gekauft jetzt muss ich mal kurz gucken halt so utility ja valesco habe sogar zwei stück ausrüsten hier zack haben wir schön mister marty für deinen follow vielen dank so sekündchen kurz was gucken ich muss noch mal ganz kurz ich muss noch was aufschreiben weil ich sage gleich noch mal warum moment ich muss 1647 muss mir das mal merken ich habe eine frage der jürgen bist du gerade da bist du im stream online also bist du im stream der jürgen würde mich kurz interessieren dankeschön für dein follow wald die weil bro 1998 ok du musst gleich als testobjekt herhalten aber du musst nichts machen keine sorge so wir nehmen die freelancer kümmerlich nehmen ok dann hätten wir die karte ist black hallo pimp tv die auch einen schönen abend so a01 wir nutzen mal den crime stat und machen was cooles damit ich sage mal wenn du schon crime stat hast kannst du auch damit diese kohle verdienen weil gerade crime stat bringt mächtig viel geld ein immer auf ja muss erst noch einloggen wie meinst du das ne ne also muss nicht ins spiel kommen keine sorge muss nichts machen ich geht um was anderes ich sag gleich warum es geht erst mal hebe ich ab bin ich eigentlich gerappt oder noch nicht bin ich gerappt bin ich gehip hoppt ja bin ich ok so düsen erstmal kurz hier ein stückchen nach oben warte mal 1 6 4 7 ok ok müssen wir noch ein bisschen warten wir fliegen jetzt mal rüber nach mausrad mausrad nach a corp und dann ziehe ich euch gleich was ich geguckt habe also wir fliegen hier hallo gott morfoyce 1 kann ich jetzt spielen heute nicht lauser am sonntag machen wir wieder community stream wenn alles glatt geht heute ist gameplay stream dran so und zwar ich habe vermerkt dass es ein update gegeben hat für den streamlabs chatbot und ich hoffe dass sie das problem gelöst haben mit der currency und da bin ich gespannt ob das so jetzt funktioniert oder nicht deswegen habe ich mir jetzt hier mal ein kanalmitglied rausgesucht in dem fall der jürgen und gucke ob er jetzt oder wie viel müsste er denn kriegen 18 plus 6 sind 24 müsste 24 bekommen dann hat es noch immer nicht gefixt dann ist es noch immer nicht gefixt warte jetzt ist gerade gerade getickt 1 6 4 7 dann ist es noch immer noch nicht gefixt ach so eine scheiße aber auch verdammt dass sie es einfach nicht fixen können unfassbar kannst du ein wenig den kommenden free flight erklären wie läuft das genau da gibt es nicht viel zu erklären einfach einen account erstellen kannst du gerne den link unten nutzen in den kommentaren äh quatsch den kommentaren hier in der beschreibung kannst du kostenlosen account erstellen kannst auch jetzt schon machen und sobald das free fly event losgeht kannst du dann das spiegel den launcher und alles runterladen und einfach zocken dann kriegst du halt irgendwelche schiffe gestellt von crg ich weiß nicht genau welche keine ahnung müssen wir mal sehen um was geht es bei dem fix von streambot ähm es geht darum dass kanalmitglieder kriegen ja vierfache stars so und das funktioniert auch alles nur das problem ist ich muss das manuell eintragen ja und das ist sehr sehr unangenehm so eigentlich sollten die das mal fixen schon zigtausend mails mit denen geschrieben aber die sind offenbar zu blöd dalmo dankeschön wir sind offenbar zu blöd das richtig einzustellen ich weiß nicht wurde der fehler liegt die wissen es selber nicht ist es schon seit zwei monaten in bearbeitung traurig eigentlich hallo mad max ja und dann muss ich das halt immer manuell machen dass ich muss quasi äh dankeschön gut morpheus 1 ich muss quasi jeden einzelnen sozusagen äh ja eintragen in so eine komische liste da und dann ja 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 aber egal ich mach das ja gerne ist es halt es wäre halt nur schön wenn sie das mal ähm ja fixen würden hallo fabrizio werner ich konnte den launcher jetzt schon herunterladen und spielen obwohl ich kein game package gekauft habe ist es normal eigentlich nicht die mods kann ich das nicht machen lassen das können leider sogar die mods nicht weil dann müssten die ja zugriff auf mein streamlabs programm haben was gar nicht geht das funktioniert nicht das funktioniert nicht im prinzip musst du dir so vorstellen angenommen also du äh jetzt auf twitch äh du subst also auf twitch funktionierst ja einwandfrei aber sagen wir mal als beispiel ne du subst den channel mit prime oder mit was auch immer dann wirst du bei twitch aktuell automatisch bei meinem streamlabs programm als sub hinterlegt und kriegst auch dann die vierfachen stars alles schicko genau das gleiche sollte eigentlich auch auf youtube äh funktionieren mit der kanalmitgliedschaft und das kann man auch genauso einstellen nur dort ist es so dass es seit ein paar monaten nicht funktioniert und äh der chatbot rafft quasi nicht dass du kanalmitglied bist so und dann muss ich das halt quasi manuell eintragen muss sagen der liebe zuschauer ist kanalmitglied und das hat deswegen auch sehr unangenehm weil ich dann wirklich ich mache das in der regel vor jedem stream muss ich manuell dann gucken zum beispiel angenommen irgendwer ist jetzt wieder rausgegangen aus der kanalmitgliedschaft hat das quasi beendet dann muss ich ihm ja die vierfachen stars wieder wegnehmen so das geht ja alles normalerweise automatisch so das ist halt unfassbar viel arbeit da jedes mal ich habe da schon excel tabellen dafür gebastelt und auch basteln lassen vom kumpel der sich noch besser auskennt damit ich ja irgendwie überhaupt mit zurechtkomme tja ich nehme jetzt nicht nur rot sondern gilt nur auch als public enemy echt hallo tierong nikos hallo mir geht's gut sehr gut dankeschön cool froh bin für deinen follow ja ja naja aber egal ich mache mir die arbeit wie gesagt gerne äh geht ja auch nicht anders und ich hoffe halt dass sie das irgendwann mal fixen das wäre wirklich schön wenn sie das einfach fixen zwei zwei hallo w姆 wog hallo hassan s knirbel jagen ich sag euch wenn mich irgendwer jagt ich schwörs euch lange dauert so eine reise von 42 kilometer das kommt darauf an wie schnell dein quantum drive ist je spritsparender und schlechter er ist desto länger dauert natürlich auch die reise so das ist die karte des black wright jawohl wie viel bonus das bekommt man dafür fürs abschießen keine ahnung sage ich euch nicht so gar keine gibt es da gibt es minus stars eine neue währung gibt es da so wir gehen erstmal zum security depot ich habe vergessen wo das war das war auf gibt nur zwei optionen security depot ja da ist es da 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 so so ba 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 Wir können ruhig kommen. Ich locke mich einfach kurz vorher aus meinem Schiff, wechsle den Server und dann könnt ihr mal gucken, dass ihr da alle wieder draufkommt. Bringt euch ja nichts. So, wir müssen runter. Wo ist es denn? Da ist es nicht. Da. Ich kann mich auch beschützen, ja. Und dann auf 20.000 Kopfgeld, das ist wirklich 20.000, das ist echt viel, ne? Für, töte mal den Einspieler, 20k ist schon eine Menge. Das ist echt viel. Später, wenn das Servermashing läuft, gibt es keine Com mehr von Streamsnipern. Ja doch, gibt es schon, weil technisch gesehen ist Streamsnipern bannbar von CIG. Also das ist ein Banngrund, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie hart sie bannen, ob sie dann komplett bannen oder nur eine begrenzte Zeit. Ich denke mal eher zweiteres. Je nachdem, wie oft man das macht. Aber Streamsnipern ist auch bei anderen Games tatsächlich ein Banngrund. Keine Sorge, ich verpfeife euch nicht. Sowas finde ich auch affig. Aber technisch gesehen ist es ein Banngrund. So. Hallo so, Nurse. So. Ja, ja. Piep, 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 piep. Schnauze, Schnauze, Schnauze. Ich will doch nur landen. Was war das? Hä? Was war das gerade? Fragezeichen? Hä? Ich hab extra die Taste gespammt, um zu gucken, wer mich, also ob der irgendwo ein Spieler ist. Hä? Ne, ne, ne. Das war keine Kollision. Das waren Raketen. Hä? Tja. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ich bin einfach explodiert. Es waren... Ja, ja. Schnauze hier. Es waren Raketen. Meine Abwehr hat auch nichts gebracht irgendwie. Ich... Sehr, sehr, sehr kurios. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Streamsnipen, wenn du jemanden aus Versehen umbringst. Na gut. Das kommt halt drauf an, ne. Das kommt halt immer drauf an. Ich weiß nur, dass CRG gegen Stream-Sniping grundsätzlich vorgeht. Ich weiß aber nicht, inwieweit sie das, äh, auch wirklich öffentlich da kommunizieren, ne. So, na toll. Sind wir jetzt im Knast hier wegen irgendeiner dummen Random-Explosion für zwölf Stunden. Dann würde ich sagen, werden wir einfach ein bisschen Minern. Das dürfte ja auch relativ fix eigentlich gehen. Äh, dahin. Sollte jedenfalls. Aber ist schon kurios. Ich weiß gar nicht, was das jetzt war. Vor allem, es war auch kein Gegner da. Es war niemand, äh, niemand da. Also kein anderer Spieler. Ich fühle mich kurios. Hatte der Außenposten Raketen? Aber wenn ja, wieso wurden die ja nicht abgewehrt? Ich habe ja auf die Raketenabwehr gedrückt. Ich weiß nicht, ob mich ein Spieler, ne. Also ein Spieler kann mich nicht abgeballert haben normalerweise. Weil, ähm, es war ja kein Spieler da. Also ich habe ja gescannt mit, äh, mit dem Tab-Target, äh, war niemand da. Also es war kein Spieler. So, das heißt, der Außenposten müsste demnach Raketen geschossen haben. Was mir neu ist. Ähm, dass die sowas haben. Eigentlich haben die nur diese Geschütztürme, aber okay. Nur das komische ist, ich konnte die Raketen doch gar nicht abwehren. Also ich kann es euch gerade nicht sagen, weil ich hatte auch kein Target. Also ich habe durchgetappt, war nichts da. Kein einziges, äh, Target. Extra nämlich geguckt. Das heißt, neun Torpedos ist nicht abzuwehren. Ja gut, aber wer hat size-9 Torpedos? Also würde mich wundern, dass NPCs size-9 Torpedos haben. Ne? So. Dann suchen wir halt nach Steinen. Hat er erst gesagt, das wäre irgendeine Ballista gewesen. Aber wie sollte da so schnell eine Ballista hinkommen? Also das geht ja auch gar nicht. Kannste gar nicht da unten spawnen, weißt du? Ich weiß auch ein Spieler. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Badabam. Übrigens, das Stream snipen zählt natürlich nicht für Kopfgeld. Also wenn ich Kopfgeld habe, dann ist es egal, ob ich Streamer bin oder nicht. Dann kann man mich natürlich töten. Nicht, dass irgendwer falsch versteht. Stream snipen bezieht sich auch darauf. Ah, guck mal. Ich weiß, wo er ist. Das war unabhängig vom Kopfgeld. Ich weiß, wo er ist. Und dann stoppe ich mir den einfach und fuck den quasi ab. Das ist Stream snipen, ne? Irgendwie hat er gerade irgendwas geschrieben. Und jemanden abholen? Ne, ich will eigentlich mal normal hier rauskommen. Ich will das eigentlich mal ganz normal machen. Aber irgendwie gibt es hier keine Steine oder ich übersehe wieder alles. Das könnte natürlich auch sein. Oh, da ist ein Licht an hier. Da ist ein Stein. Aphorit. Ne, ich will eigentlich nur Hadernit haben. Aphorit. Immer das Falsche. Aber ist das hier auch Aphorit? Wenn dann nur Hadernit. Der Rest ist Müll. Soll ich wieder Höhlenplaylist anmachen? Habt ihr Bock drauf auf Höhlenplaylist? So. Tip, 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 tip. Normales Radio. Ja, das mit dem Ausbrechen ist halt immer so eine Sache. Klar. Aber dann, ich weiß auch nicht. Das Ausbrechen ist dadurch so ein bisschen zu leicht, weil jeder kennt mittlerweile den Weg. Es ist halt nichts Spannendes. Da brauche ich auch nicht streamen, wenn ich ausbreche, finde ich. Keine Ahnung. Das ist halt echt stinklangweilig, das Ausbrechen. Wer ist denn das jetzt hier? Alter, was für ein Penner. Nee, Hammerbräu stimmt nicht. Das Aphorite ist so mega wenig wert und ich hab halt nur den einen Rucksack. Das lohnt sich nicht, Aphorite mitzunehmen. Das dauert ja ewig. Du musst ja die Abbauzeit mitrechnen. Die zieht es halt so unfassbar lang in die Länge. Das war der Hackfleisch, hast du zu hackern. Vielleicht war es auch der Löffelmörder. Der hat mich nämlich ein paar Mal so von hinten gehauen. Ja gut, dann muss ich wieder die alte Regel aktivieren. Ach, ich hab wieder kein Tool, ne? Kann das sein, dass ich wieder kein Tool mehr habe? Geil. Dankeschön. Minenzwerg für dein Volumen. So, dann wird jetzt ab sofort wieder die alte Regel eingeführt. Wer mich schon länger kennt, der kennt die Regel. Und zwar, ich werde jeden, ausnahmslos jeden, in der Sekunde, wo ich ihn sehe, aggressivst verfolgen und töten. Weil ich nicht mehr sicher sein kann, wenn ich es überhaupt noch, äh, noch... Oh, Spiel ist abgeschmiert. Geil. So, und dann so die Aussage, ja, ich bin fertig mit der 3.9. Finde ich halt schwierig. Dann brauche ich keine Alpha spielen, sage ich mal. Ich kann es nachvollziehen, aber dann brauche ich auch keine Alpha spielen. Dann lieber warten, bis das Spiel fertig ist. Oder wenigstens in der Beta ist, ne? Wirst immer wieder... Ich meine, gut, der Patch ist schon wirklich, schon ziemlich frech, die 3.9. Das sagen auch alle, das sage ich euch auch. Da bin ich auch ganz ehrlich zu euch. Die 3.9 ist schon eine Hardcore-Frechheit von der Performance. Vor allem, wenn man sich eines dazu noch mal zurück in die Erinnerung holt. Nämlich, dass sie gesagt haben, sie verzögern die 3.9, weil sie wollen, dass sie einen sauber laufenden Patch haben. So, und dann ist das halt der unsauberste Patch seit, weiß ich nicht wann, ist unfassbar unsauber. Für viele Leute, bei mir geht's, ich hab das Problem gar nicht so sehr. Aber ich lese ja Kommentare von euch und ich krieg auch viel mit ringsrum. Und bei vielen Leuten ist es halt mega unsauber. Okay, ich hab mein Mobiglas wieder, schön. So, und, äh, ja. Da kann ich das halt schon nachvollziehen, dass Leute halt sagen, okay, ich komm wieder, wenn dann die 3.1, äh, hier die 3.9 raus ist und 3.10. Ja. Das muss halt jeder für sich wissen, ne? Ja, ne, 3.9 läuft, äh, 3.7 war eine Katastrophe. Jeder hat so seinen Patch, wo er nicht wirklich durchkommt. Das ist manchmal so. Wenn's halt gar nicht geht, okay, ne? Aber das ist immer wieder unterschiedlich. Weiß noch, wie, wie krass, äh, einige Leute Probleme hatten damals mit der 3.4. Die 3.4 war ja auch teilweise richtig hardcore schlecht bei einigen Leuten. Die 3.4 war ja auch teilweise. Die 3.4 war ja auch teilweise.